Der Junge ist gar nicht schlecht mit dem Lichtsäbeln. Lichtschwert. Oder so. Ich hab echt Angst vor dem Ding. Vermissen Sie es? Nein. Das kam schnell. Ein Blaster macht genau das, was ich brauche. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber dieses Lichtschwert-Dings, das ist schon was anderes. Nicht die Waffe zählt, sondern die Person, die sie führt. Klar, wenn ich das Ding führen würde, wäre ich ein Arm los. Schon okay, Sie haben ja genug. Setz dich Junge, wir landen gleich. Ja. 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 Ich muss sagen, das Schiff hat sich trotz allem wirklich gut gehalten. Ja, das ist dements. Ja, das ist dements. Gar nicht übel, was? Hat nicht den Geist aufgegeben. Und wenn sie's tut? Dann reparier ich sie. Traust du mir das nicht zu? Mittlerweile schon. Hey, toll. Ich finde, wir machen Fortschritte. Vielleicht zeige ich dir eines Tages, wie man eine Hyperantriebs-Kalibrierungsröhre austauscht. Klingt wichtig. Was macht die? Keine Ahnung. Meine Urgroßmutter hat das mal gesagt. Aber man muss auch nicht wissen, was ein Ding tut, um es zu reparieren. Hat sie auch immer gesagt. Sie war so klug. Sie war so klug. Vielen Dank. Was ist das? 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 Damit er muss sowieso? Ich binelas alasparen Aayyaak amoohlarig. Das war's für heute. 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 Und so gut bist du gar nicht. Dann fachst du schon wieder weg. Abschaum! Ich werde dich verrichten! Kräftvolle Idee! Wenn ich den Skandis gesehen hätte... Ziel gefunden! Eindringling! Versuche ihn zu verfolgen! Sehr gut, Kumpel! Wertlos! Werner ist ausgefallen! Ziel anpassen! Greife den Feind an! Inkaratent! Drittischer Stift! Unbedeutend! Trivialer Rüchner! Markiere Feind! Vorsicht! Markiere Feind! Attackiert den Feind! Das werden Sie bereuen! Das werden Sie bereuen! Laden auf! Drittischer Stift! Nöter Erwerb! Du bist sie mitzvallend! Der ist denn mitzvallend! Untertitelung des ZDF! Der ist die Stift! Die Stift! Sie ist die Stift! Sie sind die Stift! Das war's für heute. Ich hab gehört, Jedi können dich mit einem Gedanken töten. Komm schon, BD. Ihm nach! Ich bin sicher, wir werden dich bewegen. Ich hab ihn! Der Sturzruppler! Er ist tot! Erlebe ich den Eindringling! Ich will hier nicht sterben! Ich bin sicher, dass ich den Eindringlinge bin. Ich bin sicher, dass ich den Eindringlinge bin. Sturmtruppler hat hier mit dem Erreicherkunde anscheinend hat er einen Weg ins Grab gefunden. Sturmtruppler hat hier mit dem Erreicherkunde gescheitert. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. 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 All right. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.